so eine wunderschöne guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xcb heute ist freitag der 4 august 2023 wir haben eine packed agenda ich musste jetzt ein bisschen selektiver vorgehen was wir heute hier zum thema machen non-farm payroll stehen um 14.30 an die lassen wir mal außen vor ich glaube die apple earnings und ganz besonders die amazon allerdings die sind vielleicht viel viel interessanter ehrlich gesprochen weil sich auch trading technisch ein bisschen mehr daraus machen lässt und auf die wollen wir natürlich detailliert einen blick werfen weil wir so viel zum thema zu machen haben deswegen will ich auch gar nicht drange drum herum reden schnell den risikohinweis der natürlich wichtig ist aus regulatorischer perspektive und dann schauen wir in die charts also devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getraden gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden handel geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater also sich dann auf xdb.com kosten uns eine demo herunter testen ein risikofrei und schauen ob der handel mit diesem produkt sich für einen eignet sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man natürlich die möglichkeit auch ein live konto zu eröffnen diesbezüglich alle informationen vollständig risiko und weiß auf xdb.com.de darüber hinausgehend auch gerne die möglichkeit nutzen den xdb support zu kontaktieren wenn fragen sein sollten zur plattform zur einrichtung zur kontoeröffnung wie auch immer geartet gerne den deutschsprachigen support hier in deutschen büros anrufen aus eigener sache ganz kurz einmal wichtig alles was ich jetzt hier gleich präsentiere ist rein edukativ rein informativ ist keine anlage empfehlung bitte auch nicht als solche miss zu verstehen ich gebe hier meine gedanken preis könnt gerne unterhalb des videos eure fragen stellen wenn ihr fragen haben solltet zu bestimmten setups eine andere einschätzung habt und dergleichen aber bitte noch mal nichts bitte als anlage empfehlung missverstehen rein informative rein edukative inhalte die werden in folgenden minuten hier mit denen wir uns beschäftigen hier noch mal die kontaktdetails von xdb telefonnummer e mail adresse wie gesagt gerne kontakt aufnehmen fragen stellen falls diese sein sollten xdb ganz kurz vielleicht zur erwähnung besser cfd broker des jahres 2023 bei der brokerwahl die grunde dazu geführt haben findet ihr hier einmal aufgelistet in der mitte ein grund der mit sicherheit dazu beigetragen haben dürfte ist die xstation und genau auf die wollen wir jetzt hier an dieser stelle einen blick werfen schauen wir uns den apple chart gleich an den ich hier einmal vorgebreitet und mitberacht habe apple fassen wir zusammen vielleicht auch zurück mal eben kurz hier auf die earnings die hat man gestern noch bei mir in meinem twitter account sehen können also gewinn pro aktie über der erwartung umsatz über der erwartung und trotzdem und das ist das was uns ja eigentlich interessiert was passiert in der nachbörse wir haben hier die kasse in der xstation also das heißt wir sehen dann das was ab 15 30 passiert bis 22 uhr und dann ist erstmal cut aber es gab natürlich noch nachbörslichen handel und da konnte man sehen da lagen amazon und apple ausgehend vom gehandelten volumen ganz weit vorne amazon noch mal mehr da werden wir gleich separat aufschauen das trading technisch meiner einschätzung vielleicht sogar noch mal interessanter apple allerdings interessanterweise mit einem gap down minus zwei prozent oder beziehungsweise cap down zum vortage schlusskurs zum gestrigen schlusskurs und die frage die sich natürlich stellt ist wie kann denn das sein vor dem hintergrund dass wir hier einen umsatz und einen gewinn haben der doch eigentlich über der erwartung liegt ich habe hier einfach mal apple die zahlen gegoogelt und bin beim aktionär dann sehr schön fündig geworden das konnte ich hier toll herausstellen also das ist nicht irgendwie werten oder dergleichen oder werbung oder so was ich habe einfach nur gegoogelt und bin hier fündig geworden weil ich mir dessen bewusst war schon bereits und zwar beim iphone dem mit abstand wichtigsten produkt des konzerns ging der umsatz in apples drittem geschäftsquartal um 2,4 prozent auf 39,67 milliarden dollar zurück analysten hatten im schnitt mit etwas höheren erlösen von 39,9 milliarden gerechnet also lange rede kurzer sinn der grund für diese bärische reaktion und diesen sich eventuell jetzt beschleunigen bruch aus diesem aufwärtstrend dass eben diese ja bullischness zum erliegen kommt dass apple in der konsolidierung eventuell übergeht eventuell einen retest sieht ich machen wir hier ganz kurz ein bisschen weiter noch zurück zurück in richtung dieser region ehemaliger allzeithochs die ja jetzt dann rausgenommen worden sind retest eventuell um die 180 182 region strichel die linie vielleicht mal hier so ein bisschen herauszustellen ein retest dieser region könnte jetzt durch den eben enttäuschenden umsatz im hinblick auf die apple iphones auf den weg gebracht werden das flaggschiff apple hat jüngst ja begonnen so viel möchte ich an der stelle vielleicht schon sagen hat begonnen sich ja im kri rennen auch zu positionieren es gab eine breaking news das war am ich glaube 19 siebten und das ging so in die richtung apple gpt im übertragenen sinne das was überraschte und was beziehungsweise was man von apple nicht gewohnt ist aber wie gesagt was auch dann wiederum nachvollziehbar scheint im bereich kri ist man hat nichts konkretes gesagt oder nichts konkretes hören können wie apple dort plant auf den plan zu treten also es war jetzt nicht so dass man gesagt hat hier hast du das iphone kannst anfassen oder du hast die vision probe ich meine klar wer bezahlt dreieinhalb tausend euro für eine bessere ski brille an der stelle mit der ich meine apps irgendwie ansteuern kann aber unterm strich du hast immer etwas gehabt das konntest du anfassen und im falle von der ki ankündigung oder den spekulationen die das angetrieben angestoßen hat ist eben nicht besonders viel gekommen und das hat sich dann mit kurzen gap auf neue allzeithochs hat sich das gezeigt aber der follow through blieb eben aus die sind auch schon sehr sehr weit gelaufen und jetzt kommen wir eben in solch eine konsolidierung wie gesagt brechen aus diesem aufwärts drin kanal aus und sehen eben jetzt hier auch eine attacke schon bereits wahrscheinlich in der vorbörse dann auf ungefähr die region eben um 187 das ist die region um die juli tiefs sollten wir die unterschreiten dann denke ich mal haben wir weiteres abschlagspotenzial was uns richtung 182 180 vielleicht führen könnte was auch auf den übergeordneten markt vielleicht durchschlagen könnte der hat sich ja einigermaßen stabil präsentiert also weil ich auf den nasdaq beispielsweise da gab es kein follow through auf der unterseite sondern wir sind eher gebounced und konnten jetzt auch mittlerweile mal gucken was die europäischen indizes unter der früh eben präsentieren aber konnten gestern abend auch stabil halten weil nämlich der andere gigant aus dem tag bereich earnings vorgelegt hat und da muss ich ganz offen gestehen da bin ich echt überrascht weil wir hatten nämlich die erste august woche das ist jetzt erwähnenswert weil normalerweise ist amazon zumindest in den letzten fünf jahren immer in der letzten juli woche mit den earnings gekommen und dann hieß es zu beginn der letzten woche ende der vorletzten woche glaube ich war dass amazon die earnings erst in der ersten august woche kommunizieren wird und das hat so ein bisschen sorge auf den weg gebracht besonders vor dem hintergrund cloud business zum beispiel dass man sagt naja abs war der haupt treiber des businesses und auch im imblick auf die profitabilität und das könnte vielleicht sein das wachstum schwächt sich hier ab beziehungsweise ist nicht mehr ganz so stark das hatte sicherlich auch mit der konkurrenz zu tun google cloud microsoft so beispielsweise untergleichen und dann es kamen zweifel auf wenn ich hätte endlich eine wette abgeben müssen was ich ja glücklicherweise nicht musste weil die hätte ich nämlich mit glanz und glücker verloren aber ich hätte gesagt ich glaube amazon wird eher enttäuschen an dieser stelle und es kam anders und zweitens als ich ganz besonders an dieser stelle dachte amazon beats auf breiter front und vor allem eine guidance die jenseits von gut und böse liegt möchte man fast sagen gewinn pro aktie fast 100 prozent oberhalb der street erwartung also der wall street erwartung mit 65 cent gegen 35 cent der umsatz 134,4 milliarden gegen 131 für 5 und besonders die für das aktuell laufende quartal guidance für den umsatz 138 bis 143 milliarden also im average ungefähr 141 138,25 milliarden seitens der wall street erwartet und deutlich übertroffen resultat wir haben es gerade hier in den after house schon gesehen gab ab von 8,7 prozent bis in gefilte um 140 und das ist jetzt deswegen ganz interessant trading technisch weil wenn wir nämlich mal hier in den tageschart schauen dann können wir erkennen dass die region um die august hochs aus dem jahr 2022 ungefähr um 145 reinkommen also das heißt wir haben noch ein bisschen in anführungsstrichen fleisch am knochen für ein mögliches intraday plane und das von mir jetzt favorisierte szenario wäre dass wir zur eröffnung erstmal abwarten wie wir reinkommen und sollten wir zur eröffnung einen kurzen flasch sehen auf der unterseite also das bedeutet in gefilde ungefähr um 100 38 50 139 dann würde ich ausgehend hiervon erhalten oberhalb mit einem rücklauf über dem volumengewichteten durchschnittspreis beziehungsweise oberhalb die eröffnung wird könnte ich mir ein momentum play vorstellen welches uns in gefilde um 145 ungefähr führt jetzt wird man sich vielleicht fragen wie komme ich denn auf diese level also ganz besonders die 145 kann ich sehen okay in ordnung das sind die augustus aber wie komme ich denn jetzt auf die 138 50 139 ungefähr da mache ich etwas auch hier schaue ich mir an was ist in der nachbörse passiert und ganz besonders und das kann man hier bei trading view sich anschauen ich kann mir nämlich den volumengewichteten durchschnittspreis geankert auf ein bestimmtes news event kann ich mir den anschauen und was ich hier gemacht habe ist das ist diese violettfarbene linie ich ankere einen volumengewichteten durchschnittspreis auf den earnings release und bekomme jetzt hier visuell ganz objektiv gestellt das ist der durchschnittlich vom markt bezahlten preis auf diese earnings gestern abend und diese violettfarbene linie naja die verläuft ungefähr um 138 50 139 wir können auch sehen da gab es schon reaktionen gegen diesen bereich also demnach korrespondiert hier das ist hochbezahlte volumen ganz offensichtlich auch mit charttechnisch relevanten level hier in dem fall auf dem zwei minuten chart und genau deswegen komme ich darauf also ich gehe im übertragenen sinne sag ich zur eröffnung kurzer flasch aber halten über dieser violettfarbene linie diesem violettfarbenen preis oberhalb haben die bullen im übertragenen sinne weiter die kontrolle und sehen wir von dort ein aufdrehen und ein push zurück durch die eröffnung dann ist nicht auszuschließen mindestens dass wir noch mal die nachbörslichen hochs anlaufen 142 beziehungsweise darüber eben hier diesen bereich um 145 die august hochs 2022 eben ansteuern das könnte sich als momentum play eventuell auf diese earnings eignen und das wäre soweit meinerseits dann erstmal gewesen wir hören uns wieder in zwei wochen das heißt also am 14 8 nächste woche bin ich im urlaub und darauf freue ich mich also auf den urlaub und dann auch wieder hier zu sein ab dem 14 8 für euch ich wünsche euch happy trading pass auf eure stops auf und wir hören uns dann am 14 8 wieder habt euch wohl bis dann und tschüss